Ja, willkommen bei Wettermüllviertel. Wir starten wieder mal eine Videoserie, kennt ihr es alle vom letzten Jahr noch, wo es dann wieder in Richtung Winter geht. Da ist das Wetter spannender, dynamischer, wie es wieder momentan, wenn man jetzt rausschaut, blauer Himmel, wie sehen Sie da? Auf der Webcamkarte ist alles blau, alles momentan eher so, wie wir es kennen, viel Sonne. Der ganze Sommer war recht sonnig, der Herbst dann sowieso, manche haben geglaubt, der Spätsommer geht irgendwie jetzt bis November, Dezember durch. Wenn man rausschaut, kann man immer noch glauben, ja, es ist eigentlich immer nur das Spätsommerlicht. Zumindest ist es relativ warm für die Jahreszeit, nach wie vor zu warm, allerdings, das wird sich dann ganz langsam ändern in der nächsten Zeit. Was kommt jetzt auf uns zu? Das schauen wir uns in dem Video an. Wir werden jetzt nicht einen Wetterbericht für die nächsten drei Tage machen. Das zeigt sich auf der Homepage. Wir schauen uns einfach mittelfristig die Entwicklung an und auch langfristig. Das heißt einmal, das, was ihr mir geschrieben habt, ihr wollt euch wissen, wie der Winter wird, Klassiker, Glaskugel lesen, wird eh nicht funktionieren, aber einen gewissen Trend für den Winter, können wir sich heute auf jeden Fall anschauen, einen gewissen Trend, ja, keine so großen Erwartungen reinstecken, man kann schon ein bisschen erahnen, was da auf uns zukommt, der große Kälteschocker, manche sehen Schneewalzen jetzt schon im Herbst, das wird es nicht spielen. Gut, aber wir schauen uns jetzt im Detail an. Was ist jetzt los? Draußen sonnig, morgen Feiertag, weniger Sonne, aber wir haben gesagt, die nächsten drei Tage schauen wir uns nicht an, ist ein Klassiker, Feiertag ist dann wieder eher trüb und eher feucht. Dann kommt das Wochenende, das schauen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz an. Wir sind da jetzt bei diesem Wettermodell GFS vom Mittagslauf. 850 Hektopascal Temperatur, ihr wisst ja sehr, das ist diese Temperatur in 1500 Meter, die ist nicht unwichtig, gerade im Herbst ist eine Bodentemperaturkarte eigentlich nicht brauchbar. Gerade im Müllviertel, wir haben Täler, wir haben sehr tiefe Lagen wie den Donnerraum, wir haben hohe Lagen, 1000 Meter, 1400 Meter. Da funktionieren die Bodentemperaturen überhaupt nicht mehr, deshalb richtet man sich da ganz grob nach die 1500 Meter Temperaturen, da sieht man ein bisschen, wie wird das Wetter. Man kann es dann runterrechnen, je nachdem, ist eine Inversion, ist ein Nebel da, funktioniert es einmal mehr und einmal nicht so gut. Das heißt, das kennt aber jeder von der Gegend, ich werde es oben wärmer und bildet sich unten der Nebel, dann ist es vergleichsweise frischer. Trotzdem, diese Karten sind unwichtig, dann haben wir den Regen, von dem hat es ja in den letzten Monaten ja zu wenig gegeben, wie das Mauler. Mittlerweile die Windkarte und doch die Bodentemperaturkarte, einfach einmal so ein bisschen, dass sie als Ergänzung da ist. Ja, Wochenende, 28. Oktober, der Samstag durchaus schon freundlicher und trockener. Was interessant wird dann, wenn man sich das jetzt weiter klickt, weiter anschaut, der Sonntag, der 29. Oktober, wir sehen es einmal mehr, eine massive Erwärmung in den 850 Hektopascal in dieser Lage. 1500 Meter, da wird es in den Alpen, da wird es vor allen Dingen auch im Müllviertel bei uns wieder so hoch fliegt. Aber alles, was so 700, 800 Meter liegt und höher, massiv wärmer. Das heißt, die Wärme greift auch da oben wieder durch. Und wir haben ja neue Temperaturen, die eigentlich nicht in die Jahreszeit passen. Das ist jetzt dieses Wetter, was da jetzt kurzfristig auf uns zukommt. Wir sehen dann auch, wenn man weiter klickt, hier steht, das ist ja 6, das ist der Sonntag. Wenn man da jetzt weiter klickt im Montag, wird das Ganze sich noch einmal verschärfen. In der Nacht auf Montag und dann der Montag selbst. Eigentlich muss man wirklich sagen, würde man diese Karte jetzt sehen, von den Temperaturen wäre es ein klassischer Juni-Tag. Im Juni hätten da durchaus Temperaturen von 25, 26, 27 Grad. Jetzt im Herbst natürlich ist es nur oben in 1500 Meter oder zwischen 1000 und 1500 Meter richtig warm. Darunter dann kann die Wärme einfach nicht so richtig durchgreifen. Da gibt es verschiedene Luftschichten, da gibt es vor allem schwerere Luft, feuchtere Luft. Die wird sich zwar ein bisschen auch mit der Wärmere mischen, aber die Temperaturen, wie sie sein könnten, werden wir natürlich dort nie mehr erreichen. Trotz allem muss man sagen, interessante Karte haben wir jetzt in den letzten Wochen Morden schon so oft gesehen und wieder baut sich so eine Wärme auf. Aber so wird es nicht bleiben. In der Auswertung, dass wir das Ganze ein bisschen grafisch sehen, nehmen wir einfach jetzt einmal ein Wettermodell vom Kachelmann, nur einmal ganz kurzfristig. Der sieht das für morgen, dass wir das auch noch einmal behandelt haben. Den Feiertag sehr bewölkt, den Freitag sehr bewölkt und auch regnerisch. Ob diese 14 Liter kommen, muss man sich jetzt noch anschauen. Und dann sieht man da auch die Temperaturen nach oben. Das wäre jetzt so die Lage 800, 900 Meter. Da sieht man schon ganz klar, es geht wieder nach oben. Auf 15, 16 Grad und der Montag, das sieht man da nicht mehr. Aber gut, okay, das ist einfach nur diese grafische Auswertung. Wie sieht das Ganze jetzt bei den Ensembles aus? Und die kennen wir auch schon mittlerweile. Jetzt geht es einmal ein bisschen weiter nach vorne, bis zum 10. November. Das ist schon ein bisschen ein Sprung nach oben. Wieder diese 58 Hektopaskalkurve und die Niederschlagsignale. Wobei, ihr kennt das alle. Wir fangen da mit relativ kleinen Linien an. Da sieht man noch, der Trend ist klar. Es geht richtig nach oben. Der ist gestützt. Da gibt es kaum Abweichungen, muss ich sagen. Ein paar Zeichen nach unten, ein paar nach oben. Dass ab Sonntag einmal früh übergehend richtig warm wird, ist also gesichert. Man sieht ja, da wärmen wir eigentlich jeden Tag vom Mittel. Da sind wir. Das heißt, wir sind schon wieder um 10, 15, 15 Grad sind es nicht. Aber es ist auf jeden Fall richtig warm. Dann allerdings, und das ist schon interessant, geht das Ganze wieder nach unten. Und diese Abkühlung, die sich dann so irgendwo zum Monatswechsel hier abzeichnet, die sieht man schon öfter. Das heißt, die sieht man nicht nur in diesem Lauf. Also ich sehe das ja, die Kurve geht teilweise unter 0 Grad. Also das heißt, die Schneefallgrenze sinkt, da durchaus würde es so kommen, wenn auch die Niederschläge da sind. Kann durchaus einmal auf 1.800 oder 800 Meter absinken. Also durchaus einmal für uns interessant sein. Dann gibt es einmal beim Hauptlauf eine Spitze nach oben. Aber bei Streuung sieht man, es gibt auch durchaus noch wärmere Lösungen. Es gibt aber auch durchaus schon kältere, also frischere Lösungen, die nach unten gehen und nach oben gehen. Schauen wir uns jetzt einfach an, wie hat das in der Früh ausgeschaut. Also man sieht, springt da der Lauf hin und her. Falsche Karte. Das war jetzt nicht das, was ich zeigen wollte. So, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Da müssen wir her, genau. Das ist der Lauf von heute in der Früh. Also man sieht auch hier die Erwärmung, ganz klar. Auch da abgesichert, wenn ein bisschen mehr Streuung ist. Dann allerdings noch deutlicher nach unten. Wiederum mit einem Hauptlauf, das ist ein dicke Grüne, der dann sogar am Ende nach unten ausbricht. Das wäre eine klassische Einwinterung. Wird allerdings nur durch den Hauptlauf, da bringen wir es noch raus, gestützt. Der Rest ist wesentlich weiter oben. Damit ist die Streuung da sehr groß. Aber was man sieht, vor allem im Mittel, das ist die weiße Linie. Also wir bewegen uns auf jeden Fall nach unten. Mit dieser Wärme, die wir jetzt in den letzten vielen, vielen Wochen gehabt haben, mit diesen zu hohen Temperaturen, ist es dann scheinbar einmal vorbei. Was aber jetzt aber nicht heißt, dass es jetzt ab jetzt nur mehr kälter wird und wir steigen davor jetzt in einen richtigen Wolfswinter rein oder die Schneewalze. Man kennt es ja von den netten Zeitungen, die ja im Oktober schon die Schneewalze für Dezember ganz genau auf die Stunde berechnen können. Also das ist für mich immer sehr interessant, was es alles gibt. Und Schneewalze ist überhaupt der Begriff, der ja ganz sehr gut ist. Das ist das amerikanische Wettermodell. Das europäische Wettermodell, das man sich jetzt auch noch anschaut, sieht auch hier diesen Berg, ein bisschen viel Linien, diesen Berg, diese Wärme. Und dann geht es auch nach unten. Das europäische Wettermodell, muss man sagen, ist da allerdings noch ein bisschen zurückhaltender. Speziell, was dann weiter in Richtung November geht, da würde man sich eher im Mittel bewegen. Das heißt, das sieht die Temperaturen im November nicht so weit nach unten gehen. Wir bewegen uns da sehr klassisch im Schnitt. Mehr auch nicht. Und wenn man das Ganze noch mit den Niederschlägen einblendet, okay, sehen wir nichts. Fehler im Modell, gut, auch recht. Dann wieder zurück zu den Temperaturen. Nein, das ist jetzt auch falsch. Gut, okay. Der Rechner mag nicht immer so, wie er sollte. Jetzt switchen wir zurück zum amerikanischen Wettermodell. Ja, gut, wir haben jetzt allerdings gesagt, wir schauen sich einfach auch die Monate in der Folge an. Das heißt, jetzt klicke ich mal ein Bild an, was am Anfang einmal durchaus viele Farben spielen könnte, spielt aber nicht viele Farben. Das ist jetzt einfach die aktuellste Auswertung des GFS, des amerikanischen Wettermodells, für vorsichtig jetzt die nächsten sechs Monate. Naja, ist jetzt allerdings nicht eine Prognose, was am 7. November ist, sondern es ist einfach nur eine Abweichung der Mitteltemperatur für den November. Für den Dezember, Jänner, Februar, März, April. So, wie sollten die Karten ausschauen? Klassischerweise schön wäre es, wenn sie ganz weiß wären, weil dann kann man sagen, wir sind schön im Mittel drin, alles ist ganz normal. Das spielt es beim Wetter nicht. Also, dass man sagt, das ist alles ganz normal, gibt es nicht. Die Wetterkarten sind immer irgendwo, haben sie Abweichungen nach oben, nach unten. Aber was fällt uns da auf? Die Wetterkarten haben einfach keine Abweichungen nach unten. Das heißt, es gibt nicht einmal einen normalen Bereich, zumindest nicht in Mitteleuropa. So, wie orientiert man sich einmal ein bisschen? Das ist Österreich, ganz klein. Tschechien, eigentlich, ja, sieht man eigentlich, wie klein wir wirklich sind. Tschechien, Deutschland, Frankreich, Vereinigte Königreich, England, Schottland, Irland und das skandinavische Raum. So, jetzt wissen wir ein bisschen, wo wir sind, exakt in der Mitte, kann man sagen. So, was ist da? Rot. Rot heißt jetzt einmal einfach, es wird im Schnitt zu warm sein. Das heißt, selbst wenn es jetzt am Anfang November wirklich laut der, man kann ja abkühlen, dann wird das auch nur ein vorübergehendes Thema sein. Weil irgendwie muss sich dieser Wärmeüberschuss ja dann trotzdem wieder aufbauen. Also, heißt nicht, dass am 15. jetzt kein Schnee kommen kann oder dass es nicht einmal drei Tage kalt sein kann. Aber im Sommer wird der November viel zu warm sein. Der Dezember, der schaut nur ein bisschen extrem aus. Jetzt wiederum die roten Farben, allerdings von Osteuropa da, also der ganze osteuropäische Raum, auch in den Norden von Skandinavien schon dunkelrot. Dunkelrot ist dann schon immer gut. Da ist es auf jeden Fall schon richtig warm im Schnitt, ja. Dass sich das Ganze nur bloß verschärft im Jänner 2024 mittlerweile, sind auch wir schon im dunkelroten Bereich. Und dieser Bereich dann, also der russische Bereich, ist schlecht, weil da dürfte sich offensichtlich kein Hochdruckgebiet aufbauen, das massiv Kälte speichern würde. Die sehen definitiv eine richtige Überhitzung, ja. Im Winter muss man dazu sagen, wenn man solche Formen sieht. Es geht dann nur eins weiter, das wird dann dunkel, also nur mehr dunkler, nicht dieses dunkelroso, sondern dieser dunkelgraue Bereich, den haben wir gerade da noch nicht erreicht, aber es kann durchaus sein, dass das kommt. Man sieht aber, dass ganz Europa, England, Irland, alles ist zu warm, ja. Das muss man jetzt wirklich sagen, also gerade in diesem Bereich Südosteuropa, da ist es ein bisschen normaler, aber hier ist alles viel zu warm. Und so geht es dann weiter, Februar, wenn man sich das jetzt noch anschaut, auch zu warm, wenngleich da die Temperaturen natürlich nicht mehr ganz so extrem gerechnet werden, am März, April, alles zu warm. Das ist jetzt kein Spiel oder Such dir was auskartet, das ist tatsächlich eine, diese Wettermodelle rechnen tatsächlich, soweit man muss aber dazu sagen, kann durchaus sein, dass das Markant auch ändert. So etwas haben wir schon gehabt. Also wir haben im Jänner eine massive Wärme gehabt und dann hat das Ganze umgeschlagen, vor allem war wirklich Teile von Europa blau. Im Moment schaut es mal gar nicht da noch aus. Was natürlich auffällt, ist, dass kann sich auf eine 6 Monate in irgendeiner Form ein bisschen Temperaturen nach unten zeigt. Also das ist überhaupt nicht da, da fällt zumindest nicht für Europa. Das sind die Amerikaner. So, jetzt gibt es aber noch die Europäer, die machen sowas auch. Also das ist das GFS-Modell und das ECMWF-Modell. So, wenig Überraschung. Auch das ist rot. Wo sind wir da? Das ist Afrika, also da sehen wir nur ein bisschen mehr. Das ist der Stiefel von Italien. Und wir sind dann da ungefähr. Das heißt, das ist Europa, England, ganz klein. Da sieht man auch Amerika, Südamerika, Nordamerika. Man sieht den ganzen asiatischen Raum. Und was man jetzt natürlich da sieht, das ist jetzt da so eine ganz grobe Prognose für November, Dezember, Jänner. Also das heißt einfach mal wirklich der Winter, man sieht, auf der ganzen Welt ist es warm. Da kann man jetzt aber nicht mehr von dem Mühviertel reden. Manche sagen ja, was interessiert mich euch die Welt. Wie das Wetter vom Mühviertel ist es irrelevant. Wenn man sich diese Karte anschaut, es ist die ganze Erde hat überdurchschnittliche Temperaturen. Es gibt nur mit ganz wenig Bereiche hier am Meer, wo es nach unten geht. Auch da in Afrika komischerweise. Das ist auch sehr interessant. Man kann diese Karte jetzt weiterklicken. Das wäre jetzt der Dezember, Jänner, Februar. Das heißt, da sieht man jetzt so Sprünge, wo es immer drei Monate zusammengefasst werden. Aber man sieht, da endet sich nicht viel. Es bleibt rot. Gehen wir nochmal zurück, weil das ist jetzt im Prinzip für uns die Interessantrekorde. November, Dezember und Jänner. Also, dass man es auch sieht, die amerikanischen und die europäischen Wettermodell-Outputs, und das sind wirklich die größeren, die wir haben, sehen einen Winter, der massiv zu warm ist. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass der Winter jetzt Badetemperaturen bringen wird. Es kann durchaus ein, zwei Wochen lang knackig kalt werden. Also das ist einfach ein Mittelwert. Es kann durchaus sein, dass es im Jänner tatsächlich einmal auf minus 20 Grad abkühlt, aber die anderen drei Wochen sind dafür massiv zu warm. Es muss sich der Mittelwert nach oben aufbauen können, aber das heißt jetzt nicht, dass es Spitzen nach unten gibt, aber im Sommer wird es zu warm sein. Im Sommer heißt das einfach, ja, lassen wir uns überraschen. Also der Winter wäre in dem Fall ein sehr lauer Geselle. Das könnte auch heißen, natürlich Sturmlagen von Westen, die immer wieder durchbrechen, die einfach nicht zulassen, dass es von Osten irgendwie abkühlt. Das würde auch erklären, warum in Russland da noch eine massive Abwechung nach oben ist, weil sich kein Russland hoch aufbauen kann. Ja, das wäre jetzt einmal so ein bisschen ganz grob. Ich will es euch nicht zu lang machen. Das Video zu den nächsten drei, vier, fünf Monaten. Wir haben gesagt, selbst sechs Monate ändert sich entfüßig, so ist es zu warm. Naja, El Nino ist zusätzlich auch noch da, wäre wahrscheinlich auch noch ein Motor für die Überwärmung. Das ist es jetzt einmal so weit. Wir schauen sich die Karten vielleicht die nächsten Monate noch öfters an und sehen uns ein bisschen, was hat sich eigentlich geändert. Ich werde diese Karten auch abspeichern. Dass man einmal sieht, was habe ich am 25. Oktober gesagt und was sage ich zum Beispiel im November, was hat sich auf die Karten geändert. Das war es. Wir machen dann auch noch einen Live. Einfach deshalb, und zwar das ist in Facebook, dass man da auch das ihr interaktiv die Fragen stellen könnt, weil jetzt ist es ja einseitig, ihr erzählt was. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt irgendwelche Ungleichheiten oder Fragen. Vielleicht sagt sie, was ihr erzählt habt da eigentlich die ganze Welt. Mich interessiert eigentlich Sandl, Freistaat, Rohrbach, sonst was. Ja gut, kann man auch machen. Wird nicht viel Unterschied sein, weil das ist jetzt ein ganz kleiner Punkt da, wo es ganz rot ist. Okay. So, in diesem Sinne, ja, wir hören uns wieder, sehen uns wieder. Das ist einmal vorerst alles. Für die Heizkostensparen gibt es einige, die sich freuen und das ist ja auch gut so. Die rote Karten wird uns sparen, helfen für die Natur und für die Dynamik beim Wetter. Da muss man natürlich schon schauen, was hat das dann für Auswirkungen, wenn es immer nach oben geht. Weil irgendwann werden uns vielleicht die Heizkosten mal egal sein, wenn man sich so ein Bild anschaut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.